Für die Schüler des Landschulheims Steinmühle war es vermutlich die coolste Musikstunde ihres Lebens. Dank einer Aktion von Planet Radio unterrichtete ein ganz besonderer Musiklehrer in Marburg, Thomas Hübner. Wem dieser Name nichts sagt, der sollte jetzt ganz genau hinhören. Nein, nicht Udo Lindenberg, sondern Clueso gab ein kleines Konzert in der Steinmühle. Rund 150 Schüler sind in diesen Genuss gekommen. Clueso beantwortete geduldig jede Frage, plauderte über seine eigene Schulzeit und über Musik. Und er musizierte auch mit seinem Publikum. Bei einem Song durfte der Schüler Christian den Deutschrapper an der Gitarre begleiten. Er ist auf jeden Fall aufregend und krass, wenn man einfach mal auf die Bühne geholt wird und denkt so, ach du Scheiße, was soll ich jetzt spielen? Aber er ist schon ziemlich krass. Er ist schon ein ziemlich guter Typ. Die Schüler fanden das Konzert klasse. Es war das beste Konzert, was ich je mitgemacht habe. Das fand ich einfach super. Es war richtig cool. Aufregend, aufregend. Und nicht nur die Musik hat ihnen gefallen. Ich finde ihn ganz cool. Ich mag seine Musik und finde, er ist ein ganz entspannter Typ. Ja, und er sieht ganz gut aus.